Hallihallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Feuerrot Und wir sind jetzt bei Siegfried angekommen So, da hauen wir jetzt Dings raus Ja, die Frage ist, gegen wen Nehmen wir jetzt Nehmen wir Surfer Nochmal Okay Lass ihn schlafen, lass ihn schlafen Sauber Als nächstes kommt Fagoran Dann nehmen wir Aquana für mit Blizzard Okay Tankt er sich nochmal auf Nein Boah Schnabe Zaptos erreicht 57 Da müssen wir riskieren Wir ziehen über die Hälfte ab Ja Er paralysiert mich Nicht toll Und er hat sich selber verwirrt Oh, wir haben's geschafft So, Beutel So, dann unsere Dudes erstmal wieder voll machen Beleber Relaxer voll machen Aquana voll machen Zaptos Zaptos In Trank geben Ihn auch in Trank geben Und ihn in Trank geben So, Zaptos braucht für sein Donner noch was So Toi, 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 toi Jetzt geht's gegen Gary Gary, hallo Auf diesem Moment warte ich schon lange Tanzab Ich brauche einen starken Gegner Um mich in Form zu halten Während ich meinen Pokédex aktualisiert habe Habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt Aber nicht nur das Ich habe Teams aufgebaut Die alle Pokémon besiegen können Und nun Bin ich Champion der Pokémon Liga Weißt du was Das bedeutet Ich werde es dir sagen Ich bin der mächtigste Trainer der Welt Dann wird Zeit, dass ich dich ablöse, mein Freund Er kommt mit Taubos Donner Sandwirbel Donner geht daneben Donner trifft Sehr gut Als nächstes kommt Rizzo raus Dann nehmen wir Nido King Surfer Erdbeben Okay Okay, 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 okay Kann man machen Surfer Okay, so Wen kommt jetzt Kokowai Kokowai, Kokowai Oh, wen nehmen wir denn gegen Kokowai Relaxo, oder? Der ist elf Level höher als wir Schlafbruder Schlafbruder Find ich nicht toll Please, Feuer Geht meiner auch daneben Ah, Hälfte abgezogen Nein, er macht wieder Dings Pokoflöte Eierbombe ging daneben Nein, was wird's denn schon wieder da? Please, Feuersturm Nein Kein Feuersturm Pokoflöte Er trifft mit der Eierbombe Erholung Relaxo ist eingeschlafen Pokoflöte Feuersturm Nein Genesung Nein, er hat überlebt Dann nochmal Er brennt Diese Attacke hat kein Dings mehr Okay Dann Erdbeben Bringt nix Surfer Bringt auch nix Doch Er brennt So Simsoller Der nimmt uns jetzt komplett auseinander Glaub ich Reflektor Surfer Okay Da bräuchte ich Dings Ähm Aber der wird so schnell sein Dass der mich sowas von Outspeeden wird Wir können's versuchen Ich kann's nur nicht versprechen Ja Nein Er outspeedet mich sowas von hart Boah Als nächstes kommt Garados Bitte Aquana Ich muss dich leider opfern Top Genesung Reiner Fuchtler Okay Donner Sauber Wie viele Pokémon hast du noch? Ist das dein letztes? Es ist sein letztes, Leute Es ist sein letztes Pokémon Und es ist 63 Feuersturm geht daneben Donner trifft Reicht es? Jawoll Wir haben's geschafft Das war knapp, Leute Das war richtig, richtig knapp Wieso, wieso Hab ich verloren? Ich hab meine Pokémon Noch sehr sorgfältig aufgezogen Verdammt Du bist der neue Champion Der Pokémon Liga Aber ich gönne dir das nicht Professor Eich Du hast also gewonnen Glückwunsch Du bist der neue Champion Der Pokémon Liga Du hast viel dazugelernt Seitdem du dich mit Bisasam Auf den Weg gemacht hast Tanzab Du bist schon viel erfahrener Gary Du hast mich sehr enttäuscht Als ich hörte Du hättest die Top 4 besiegt Kam ich hierher Doch als ich ankam Warst du der Verlierer Gary Weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinem Pokémon Nicht genug Liebe Und Vertrauen gegeben So wirst du niemals Sieger werden Du hast begriffen Dass dein Sieg Nicht allein dein Verdienst war Die Beziehung zu deinen Pokémon Ist vorbildlich Folge mir Alles klar Ich folge dir Herzlichen Glückwunsch Das hier ist die Pokémon Ruhmshalle Alle Champions der Pokémon Liga Werden hier für ihre Heldentaten Ausgezeichnet Zusätzlich werden hier Alle ihre Pokémon geehrt Du hast hart gekämpft Und die Herausforderung Der Pokémon Liga bestanden Du wirst gemeinsam Mit deinen Pokémon In die Ruhmshalle verewigt Speichervorgang Gerät nicht ausschalten Zap das Bisa Floor Relaxo Nidoking Aquana Und das Ponita Was eigentlich gar nichts getan hat Pokémon Feuer Was ist das jetzt Sollen wir mit dem Spiel durch Wir lassen mal das Intro Schnelldurchlauf durchlaufen Ende Echt jetzt Kämpfe gegen Apollo Kämpfe gegen Dragonia So Oh nee Es geht noch weiter Ach du bist also zurück Wie ist es denn Um deinen Pokédex bestellt Darf ich ihn sehen Aha Du hast 58 gefangen Hm Erscheinend Du würdest dich wirklich anstrengen Wenn du mehr Einträge hast Musst du ihn mir erneut zeigen Noch mehr Einträge Nääääää ich freue mich dich zu sehen was macht der poker zeigt ihn mir gesehen 129 besitzt 58 als bewertung nun du hast mehr als 50 ich habe einer meiner assistenten einen ep teiler gegeben wohl in dir habe ich schon gibt es keinen auftrag mehr hier oder wird das jetzt doch sind wir jetzt echt fertig die sollte es eine kurze pause einlegen oder namen wir spielen jetzt fertig ne leute ein gutes habe ich war gerade dabei zu machen hättest du auch gerne eine taste oder eine pokémon sehen ein bisschen mitgenommen aus möchte so eine kurze pause einlegen ja möchte ich zappt das ist sie zufrieden aus hier bitteschön fertig sie ist jetzt nicht mehr wunderschön als ist das pokémon ernsthaft so leute dann würde ich sagen dann haben wir das projekt auch beendet weil hier ist irgendwie nichts mehr ich würde sagen wir hören uns im nächsten projekt wieder bis dann eine und ä